Herzlich willkommen bei der zweiten Episode meines ersten Let's Plays. Mein Name ist Dabricks alias der Toxic Teacher. In der letzten Episode sind wir dabei stehen geblieben, die Lederproduktion zum Laufen zu bringen. Genau dort setzen wir an. Ziel ist es auf jeden Fall das erste Bett zu machen. Das ist hier ein Tipi, ein paar Musikinstrumente, um schamanische Tänze und Rituale durchzuführen. Und vor allen Dingen ein Schlafsack, damit wir unterwegs, falls wir mal ein bisschen länger laufen müssen, auch schlafen können. Eventuell schaffen wir auch noch ein bisschen anderes Zeugs. So, wie war das Rezept von unserem Eimer? Wir brauchen braune Farbe und schwarze Farbe, mehr oder weniger, oder ein Inksegg. Das heißt, die Ressourcen werde ich jetzt erstmal organisieren. Danach sehen wir mal weiter. So, hier haben wir schon den ersten Hai. Mal gucken, ob er kommt. Ach, sogar zwei direkt. Die sind nicht so wirklich ein Problem, wenn man hier am Wasser ist. Aber man will ja auch nicht gefressen werden, nicht wahr? Oder hinten ist ein Oktopus. Das Problem ist, ihr seht, der Ozean ist eigentlich relativ leer, aber immerhin haben wir einen gefunden. Hoffen wir mal, dass der auch so ein Item droppt. So, das war nämlich noch ein Quest. Und ihr seht, der Sperr nimmt am Anfang keinen Schaden. Okay. Hoffen wir mal, dass wir... Ja, wurde auch mal gekriegt. Ich sammle auch noch ein paar von den gelben Pflanzen hier. Wie heißen die noch? Von den Dandelions. Weil daraus kann man ja auch mischen. Von den roten habe ich schon ein paar. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, wie das hier drüber aussieht. Sieht auch ganz vielversprechend aus. Ah, hier sind die Pilze in braun. Die kann man auch direkt verarbeiten. Das ist natürlich hervorragend. So, dann haben wir alles. Ich gehe mal eben zurück zur Base. Okay, die braunen Pilze habe ich jetzt mal hier reingelegt. Die können wir jetzt per Rechtsklick gedrückt malen zu brauner Farbe. Wir brauchen zwei Stück. Zack. Haben wir schon mal. Perfekt. Den Inxec haben wir auch. Ich habe noch ein paar mehr auf dem Rückweg gefunden. Und dann brauchen wir noch... Kurz gucken. Habe ich doch glatt vergessen. Da ist es. Ah, Plant Twine einfach. Gut, davon haben wir noch genug da. Irgendwann mal in die richtige Reihenfolge. Und... Ja, dann sind wir damit durch. Perfekt. Damit können wir jetzt Wasser aufheben. Das Problem hierbei ist, wenn man das Spiel lädt, kommen immer so Tipps und Tricks. Und wenn ich hier Wasser wegnehme, dann respawnt das nicht. Es ist also begrenzt. Ja. Das seht ihr jetzt. Und ich kann es nicht zurückplacen. Das heißt, das funktioniert nicht wie ein Eimer. Und das ist richtig merkwürdig. Weil ich weiß noch nicht genau, wie die Welt dann aussieht. Und wie man eventuell dann unendlich Wasser kommt. Es gibt es irgendwo Biome, wo man da dann doch drankommt an unendlich Wasser. Aber ich weiß noch nicht, wie man die identifiziert. Und... So, wie kann man das dann hier verletzen? Ich weiß noch nicht. Gucken wir mal. Beta. So. Das heißt, wir haben jetzt... Hier ist der schöne Weg. Wasser. Und können mit diesem Wasser dann den nächsten Schritt machen. Denn die Lederproduktion ist ein wenig komplizierter. Schauen wir mal ins J.E.I. Ähm... Kennt ihr das, wenn ihr vergessen habt, wie man das schreibt? Boah, das ist fürchterlich billig. Also manchmal... Ja. Das ist so typisch. Lampenfieber nenne ich das. Lampenfieber. Okay. Leather. Man muss das an so einen Drying Rack hängen. Ja. Und dafür muss man vorher das Wet Tent Hide produzieren. Daraus braucht man diese Dried Hide. Und diese muss man auch vorher an so einen Rack hängen. Ja. Und dafür braucht man dieses Salted Hide. Dafür braucht man Raw Hide. Das ist die, die wir letzte Episode von den Schafen hatten. Und dann brauchen wir Salz. Das ist das Salz und das Wasser. Das heißt, wenn ich jetzt meine ganzen... Wie viel haben wir da? Von 24 zu Leder machen will, brauche ich 24 Buckets. Also 24 von diesen Dingen. Und alle muss ich einzeln aus dem Wasser fischen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Strand danach aussieht. So, ich räume mal eben mein Inventar auf. Und dann werde ich die ersten Leder mal produzieren. So, ich habe euch das schon mal hingelegt. Das Blöde ist, man kann es auch nur einzeln machen. Weil der sofort wieder erschöpft ist. Das heißt, man muss jetzt 24 mal eines an Craften. Das ist... Das ist uff, ne? Also wir sehen uns gleich wieder. Das brauche ich jetzt ein bisschen. Ja, jetzt seht ihr, wie das hier aussieht, wenn ich die ersten 24 gemacht habe. Das finde ich halt nicht so schön. Und man hat jetzt die ganze Zeit dieses Geräusch, ne? Aber gut. Dafür haben wir die ersten 24 fertig. So. Weiter geht's. Ja, als nächstes brauchen wir die Drain Racks. Das sind einfach die 10 Slabs, äh, 3 Slabs nebeneinander. Und die bekommt man, indem man einfach 3 normale Planks nebeneinander packt. Das heißt, wir machen jetzt Planks. Aber ich weiß schon, dass wir, wenn wir Leder weiter produzieren wollen, noch ein bestimmtes anderes Item brauchen. Und dazu werde ich jetzt hier die Rinde mehr oder weniger abmachen. Und zwar, wir haben euch mal ruhig alles. Und die hier kann man ganz normal weiterverarbeiten. Und die Rinde müssen wir nachher hier drin verwerten. So, das heißt, wir machen hier... Da geht das nämlich auch. Das heißt, wir kriegen ein bisschen mehr Ressourcen aus dem Holz raus als vorher. So, ich will drei Racks machen. So, da müssen wir mal ein bisschen beschleunigen. So, das ist einfach nebeneinander. Ein, zwei, drei. So, jetzt kriegen wir die. Und die könnte man jetzt, wie ihr das seht... Ja. Und dann haben wir unser erstes Triangle weg. Und dann mache ich noch zwei weitere. So, da haben wir sie schon fertig. Jetzt müssen wir die irgendwo aufhängen. Und ich hänge die jetzt einfach mal hier hin. Und dort kommen dann die Teile dran. So, jetzt müsste man warten, bis sie sich verändern. Und dann kann man die wieder abhängen. Und dann kommt das hier ins Spiel. Ich habe hier nochmal braune Farbe gemacht. Habe ich dafür überhaupt noch Platz? Nein. Das heißt, ich brauche demnächst schon wieder eine weitere Kiste. So. Die kommen hier rein. Und dann müssen wir Handarbeit leisten mal wieder. Kurz warten. Und die hier. Ground risen. Das brauchen wir ja wieder fürs Leder. Denn... Das hier kommt nachher raus, wenn das getrocknet ist. Dann müssen wir dieses Ground risen und wieder Wasser nehmen. Ja, also es ist wirklich lästig, das hier zu machen. Das heißt, ich darf mich gleich wieder 24 mal da unten hinstellen. Also Leder am Anfang zu produzieren, finde ich sehr, sehr anstrengend. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen Handarbeit leisten. Ich habe jetzt schon mal 24 vorbereitet. Drei von den getrockneten sind schon da. Drei weiteren hängen da. Das heißt, dieser Prozess, der zieht sich noch ein bisschen. In der Zeit können wir andere Dinge tun. Zum Beispiel können wir die Fässer schon mal bauen. Dazu brauchen wir einfach nur ein bisschen Holz. Und da habe ich ja schon was vorproduziert. Und da werden wir jetzt einfach ein paar Planks rausschlagen. Dann machen wir... Ähm... Ja. Die kleineren draus. So, wo sind wir bei 14? Das reicht nicht. So, wie viel sind das nochmal? Das sind 6, 18, braucht... Och, guck mal, das passt perfekt. Nein, das passt doch nicht, weil wir drei davon noch brauchen. So, und wenn ich die ganzen Ressourcen zusammen habe, geht es weiter. So, so sieht es dann aus. Und dann haben wir unser drittes Fass. Ich habe die anderen beiden schon mal gemacht. Das Achievement habe ich auch dafür bekommen. Buries of Vadis. Wo er war. Und hier ist es auch fertig. Jetzt stelle ich die mal draußen hin. Weil ich hoffe, dass ich... Ja, dadurch schon ein bisschen Wasser auffangen kann. Und wir werden sehen, ob da dann beim nächsten Regen die voll sind. Okay. Ähm, soweit ich weiß, kann man auch einen Regentanz machen. Das habe ich schon gesehen mit diesem Marmahn-Zeugs. Das müssen wir auch dann mal ausprobieren. Damit wir die sofort voll kriegen. Ja, wir sind also richtige Höhlenmenschen. So, jetzt wollte ich eine weitere Truhe machen. Für unsere Items. Okay, da ist sie schon. Ihr wisst ja, wie es geht. Deswegen zeige ich jetzt nicht jedes einzelne Crafting-Rezept hier nochmal. Und vor allen Dingen nicht alles doppelt und dreifach. Okay. Packen wir das erstmal weg. So. Und das auch. So, wie ihr seht, zieht sich der Prozess des Trocknens noch ein bisschen hin. Das heißt, wir können noch mehr machen. Ich würde jetzt gucken, dass wir das hier als nächstes in Angriff nehmen. Das sammelt nämlich Ressourcen für uns. Dafür brauchen wir die Base und dann die beiden. So, und die Base, da brauchen wir den Hopperführer und zwar den MK2. Eine Chess, also wir brauchen jede Menge Holz. Und die Barks, die habt ihr gesehen, wie man die herstellt. Und Strings, deswegen brauchen wir Schafe. Okay, dann werde ich mich jetzt mal daran begeben. Vielleicht nehmen wir das doch lieber mit. Dann haben wir das schon mal im Inventar. Die braune Farbe können wir weglegen. Und die Inksex auch. Und dieses Flint auch. Sieht nicht so aus, als würden wir das jetzt brauchen. Blendfarbe, das können wir auch zusammen craften. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Holz sammeln. Wie ihr seht, habe ich einige Bäume gepflanzt. Weil, ja, ihr macht das wahrscheinlich genauso. Das ist dann einfach ein bisschen sinnvoller dann. und einfacher Holz vor der Haustür zu haben. Und zu sammeln. So, die Hedge hat ausgedient. Sie ist fertig. Wir können jetzt zur Stone X übergehen. Und wir sind doch jetzt kurz davor, genug Holz parat zu haben. Zack, zack, zack. Das sieht gut aus. Also, jetzt sind einige Sachen noch liegen geblieben. Brauchen nicht alle von diesen. Aber ich packe die gerne weg. Wer weiß, warum die das noch später weiterverarbeiten können. Nicht wahr? Ich verschwende ungern. Deswegen sammle ich gerne das auf, um das vielleicht später weiter zu verarbeiten. So, gehen wir zurück zur Base. Nein, schon wieder drei, fertig. So geht das gefühlt wenigstens ein bisschen schneller. Äh, zack, da ist natürlich noch keine Ordnung drin. Aber, was soll's? Holz haben wir. Auch gut. Perfekt. So, wir brauchten ja einiges an diesen Bugs. Mindestens fünf pro Hopper. Wenn wir zwei davon brauchen, sind das zehn. Das heißt, wir brauchen mindestens zehn davon. Ja. Und die zehn verarbeiten wir jetzt weiter. Und wenn ich die ganzen einzelnen Ressourcen zusammengeklümpelt habe, dann müsst ihr jetzt nicht zugucken. Weil das ist wirklich, ihr könnt ja sehen, das ist sehr stupide Arbeit. Und Geschichten werde ich jetzt auch nicht erzählen. Da es mein erstes Let's Play ist, ist es ein bisschen anstrengend und schwierig für mich, Geschichten zu erzählen und gleichzeitig hier zu spielen. Aber Multitasking läuft noch nicht so bei mir. Ich bin halt noch alte männliche Generation, wenn ihr versteht. So, das ist das Rezept für den ersten Hopper. Perfekt. Und dann haben wir den auch schon fertig. Und wir machen direkt den zweiten und gleich zweimal, weil wir zwei Bases bauen für die zwei unterschiedlichen Siebe oder Netze im Wasser. Das heißt, wir legen jetzt den zweiten auch nochmal jenen. Den habe ich schon fertig gemacht. Und dann haben wir zwei schon mal fertig. Perfekt. Die habe ich auch schon fertig gemacht. Das heißt, wir können eigentlich... Ja, die fehlen noch, ne? Also zehn von denen und acht von denen. Da dürft ihr jetzt bei zugucken. Hier, das ist auch doof. Man kann nicht zweimal dasselbe machen. Man muss es wirklich zweimal einzeln hintereinander machen. Das ist am Anfang wirklich müßig und ich hoffe, dass das schnell oder relativ schnell beendet wird. So, das heißt, wir brauchen jetzt den, die und das. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hopper in der Mitte. Net nach oben. Und kloppen. Perfekt. Perfekt. Super. Und jetzt? Quatsch, falsch. Fenster. Aber die ist nochmal zwei Kisten und nochmal die. Also nochmal acht. Sechzehn. Plus acht. 24. Haben wir das noch? Nein. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, das ist das Rezept für die Base. Und da haben wir die erste fertig. Das gibt natürlich noch kein Achievement. Aber alles zusammen sollte dann eins geben. Wenn ich alles doppelt mache, brauchen wir noch ein bisschen. Okay, wir haben die zwei Bases. Das heißt, wir brauchen jetzt einen davon. Und aus dem können wir dann auch... Ne, da brauchen wir einen Dance Net. Das wird andauert. Ja, wir brauchen jetzt erstmal hier den. Das heißt, wir brauchen ein Netz. Drei Stück nebeneinander. Gut, dass wir die Schafe gefunden haben. Und jetzt legen wir die Sticks drumherum. Da haben wir das erste fertig. Und den Dance brauchen wir noch. Das ist das Dance Net. Und einfach dann... Ach, guck mal, da kriegt man dann noch zwei raus, ja? Ah, auch nicht schlecht. Einfach sechs. Gott sei Dank nicht so schwer. Das Rezept. Da kommt doch schon wieder einer angelaufen. Drecksfächer. Wir brauchen unbedingt das Totem, dass das verhindert, dass die hochgehen. Gut, dass ich so gute Ohren habe. Nein, nicht immer kriegt man das mit. Aber am meisten so perfekt. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das ja fertig. Jetzt können wir die beiden nehmen. Denn, wenn man hier mit Schiff drüber geht, sieht man, was die fangen. Der normale Survivalist Trainer fängt Stick, Stone, Clay und Planks. Und der Dance, der fängt Sand, Dirt, Gravel, Sugar Canes und Inxex, Shark Toes. Ja, ganz interessante Sachen. Immer mit einer anderen Prozentwahrscheinlichkeit. Und der hier fängt Fischer. War nicht schlecht. Den könnte man vielleicht auch noch mal bei Gelegenheit machen, wenn wir ein paar mehr Fische brauchen. So. Stellen wir die mal auf. Dafür gehe ich jetzt nicht dahin, wo ich dieses Wasser abgefischt habe. Den müssen wir auf jeden Fall zwei, genau, unter Wasser halten. Und dann legen wir einfach die Netze da so rein. Hallo? Falsches Netz. Ja. Das Gute ist, wir haben noch ein Dance Net. Das heißt, wir brauchen nur noch eine Base. Und die arbeiten jetzt von alleine. Jetzt müssen wir warten. Die Base Slots, die sind vielleicht später da. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Okay. Jetzt haben wir da schon mal ein bisschen Geräte, die für uns automatisch Sachen fangen. Jetzt habe ich hier total das Leder vergessen. Aber jetzt haben wir schon mal 15. Und die werde ich jetzt schon mal weiterverarbeiten. Denn, ja, ich möchte ja diese Folge noch ein bisschen Lederproduktion schaffen. Wenigstens Backpack auf jeden Fall. Das ist so wichtig. Ja. Ich brauche so viel Leder. Auf jeden Fall Backpack. Dafür brauchen wir ja diese Presence. Wo sind sie? Ich habe hier mal ein paar mehr gemacht. Da. Die habe ich schon fertig gemacht. Das heißt, wir brauchen... Die beiden und den. Könnt ihr jetzt kurz zugucken, wie das erste Mal funktioniert. Da gehe ich wieder... Zu dem... Ja. Was? Hier. Wasser nehmen. Reinlegen. 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 Rausnehmen. Ja. Und... Shit. What what? Drecks. Ich nehme ein Blabber aus Hand verloren, ey. Kommt zum Piranha angeflogen. Habt ihr das gesehen? Okay, ich wusste nicht, dass die hier rausspringen. Interessant. Naja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen weiterverarbeiten hier. So, wir haben... Die ersten fertig. 6 müssen ja noch durch. 15 sind schon fertig. Müsste eigentlich vielleicht ein paar mehr von diesen Racks machen. Naja, wenigstens eins. Also häufig brauche ich hier hoffentlich nicht. So, hier ist das erste Leder. Tadam. Tadam. Jetzt müssen wir nur noch ganz viele weitere machen. Und wenn es jetzt den Rucksack zu machen... ...und dafür brauchen wir dieses... ...ja... ...Geschnürsel hier noch. Und das kriegen wir, indem wir einfach das Leder... ...das eine, was wir schon mal haben... ...kleinschneiden. ...der Messer bearbeiten. Und jetzt brauchen wir noch eine String. Hier legen wir das so rum. Zack. Komm her. Die packen wir wieder weg. Erstmal. Die brauchen wir später ganz sicher nochmal. Und die hier... ...die bewegen sich einfach nicht. Das ist trocken und dauert lange. Ich weiß nicht, ob man das beschleunigen kann oder nicht. Aber jeder herstellt am Anfang ist... ...müßig. Sehr müßig. Ja, wenigstens sind die schon mal fertig. Gut, dann kann ich die beiden hier... ...oder die neuen, sag ich mal... ...vielleicht auch noch weiter verarbeiten. Könnte machen wir das eben. Haben wir sonst nichts zu tun, ne? Oh, ich klappe den ein. Und wir sind jetzt schon fertig. Genau. Jetzt muss ich Wasser aufheben gehen. Ich hoffe immer noch, dass es bald regnet. Dann habe ich das Wasser oben. So, jetzt haben wir endlich den letzten hier. Uff. Ich habe extra ein bisschen mehr gemacht, weil wir brauchen viel Leder. Aber jetzt wisst ihr, was ich meine? Guck dir an, wie das hier schon aussieht. Das sind 24 Leder. Das bedeutet 48 Eimer. Wasser, was sagen, beziehungsweise Säcke. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ich ein bisschen weiter bin. Kann ja nicht sein. Also ich bin ja nicht in dem Biom, wo Wasser respawnt. Das heißt, ja. Ich weiß nicht, warum die hier. Oh. Das ist auch interessant. Ich vermute ja, dass die Trompeten haben. Weil, ja, wenn die jetzt schießen würden, dann wäre das ein bisschen übel am Anfang, ne? Man hat ja wirklich gar nichts. Gar nichts. Okay, da haben wir schon mal vier Leder. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das reicht noch nicht ganz. Ich würde fast behaupten, ich mache noch eine hin. Mal gucken, wie lang dieser Stein noch hält. Ja, nochmal wenigstens fünf. Fünf ist eine gute Zahl. So, jetzt fehlt für den Backpack natürlich eins, drei, drei, vier. Noch drei Stück. Ich glaube, die Kiste habe ich schon gemacht. Perfekt. Perfekt. Neun Crafting Stein machen wir auch schon mal. Jetzt warten wir noch mal eben auf drei Leder. Und dann haben wir schon mal den ersten Fortschritt. Wobei, wir können in der Zeit, das Gute ist. Oh, was ist das denn? Das muss ich mal gucken, was man da mitmachen kann. Muss ich mal herausfinden. Jetzt aber nicht. Gut, man kann hier den Rucksack upgraden. Dazu muss man zuerst das hier bauen. Und danach nochmal das. Das heißt, das hier brauchen wir auch zweimal. Da brauchen wir auch Leder für, seht ihr. Das heißt, wir brauchen wirklich Leder. Allein für den Rucksack. Machen wir zuerst den hier. Verbrauchen wir ruhig das Leder. Warum nicht? Dann haben wir natürlich wieder zu wenig von dem Zeug. Jetzt habe ich vergessen, wie das war mit zwei Sticks noch. Zack. Und dann brauchen wir drei normales Holz und ein Leder. Also drei von denen. Wo ist jetzt? Zack. Und da haben wir das erste upgrade. Und da, perfekt. Geht ihr, wenn man was zu tun hat. Dann geht das ein bisschen schneller. Da habe ich da schon so gehört. So, dieser Crafting Grid geht auch irgendwann kaputt. Da habe ich mich beim ersten Mal ganz schön geschreckt. Der dürfte jetzt also bei den nächsten zwei, drei Malen kaputt gehen. Das heißt, der muss dann in die Mitte. Die drei kommen runter. Der kommt ja schon wieder zu mir. Da habe ich doch. Ach, guck mal, mit Rüstung. Guck mal hier in die Pace. Wenn ich da mal runterfällt. Und dann haben wir uns sogar in unseren ersten. Da kommt noch einer. Na ja. Na ja. Ja. So. So. Ja. Da kommt noch einer. Ja, und wenn ich jetzt, das sieht, da brauche ich noch drei Stone und noch ein Leder. Okay. Stone ist klar. Machen wir da hinten. Sind wir auch kurz, kurz vor Ende der Episode. Das ist doch super. Craft man noch den Rucksack. Und Grand den. Vielleicht noch ab. Vielleicht auch noch nicht. Ich vermute, das wird knapp. Ja. Also, ich baue jetzt die Upgrades zu Ende. Und mit denen und dem neuen Leder sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Zusehen. Und wir sehen uns. Adios. Und wir sehen uns. Und wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020